Hallo zusammen, heute gibt es einen Mandelkuchen mit Schokosahne. Dazu benötigt man 3 Eier, 180 Gramm Zucker, 250 Gramm gemahlene Mandeln, 1 Teelöffel Paniermehl, 1 halben Teelöffel Backpulver, 200 Gramm Sahne und 100 Gramm Zartbitterschokolade. Und los geht's! Die 3 Eier werden getrennt, das Eigelb wird zur Seite gestellt und das Eiweiß wird steif geschlagen. Die 3 Eier werden getrennt, das gleich toim zu geben. Die 3 Eier werden getrennt, das Boardvideit der Tomate, Der Zucker wird mit dem Eigelb vermengt und dann in den Eischnell gegeben. Das Paniermehl und das Backpulver werden mit den gemahlenen Mandeln vermengt. Die Mandelmasse wird in kleineren Portionen mit einem Teigschaber vorsichtig unter die Eimasse gehoben. Die Masse wird in eine 26er Springform gegeben, die mit Backpapier ausgelegt ist. Der Boden muss nun für 35 bis 40 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad gebacken werden. Mit der Stäbchenprobe könnt ihr testen, ob der Boden durch ist. Wenn der Boden fertig ist, öffnet den Backofen nur einen kleinen Spalt und lasst den Boden komplett im Backofen auskühlen. Danach wird die Schokolade geraspelt, die Sahne steif geschlagen und beides miteinander vermengt und zuletzt auf dem Boden verteilt. und mit dem Boden verteilt. Und dann wird die Schokolade geschlagen werden. Wollt werden das hier im Windempland gebildert, wie diese Schokolade bergerätet ist. Den Kuchen könnt ihr natürlich noch dekorieren, so wie ihr möchtet. Er sollte aber bis zum Servieren kalt gestellt werden. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.